Horoskop für heute, Wassermann, 19. November 2024. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie zu Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Kompatibilität mit anderen Zeichen. Da der Mond den ganzen Tag in Ihrem Freudensektor weilt, sind Sie ihr bereit und willens, einige Ihrer Gefühle mit anderen zu teilen. Wählen Sie, wenn möglich, eine Aktivität, bei der Sie das persönliche Drama aufarbeiten, wie zum Beispiel ein kreatives Hobby. Manchmal kann eine gute Laune dazu führen, dass man sich überschätzt oder sich zu viel vornimmt und die Transite des Tages machen diese Art von Situation wahrscheinlicher. Es ist keine gute Zeit für Finanzplanung oder solide Entscheidungen, da zu viele belanglose Informationen herumfliegen. Es könnte auch ein gewisses Maß an Drama geben, das von einem Freund verursacht wird, und es ist ratsam, nicht alles zu glauben, was Sie hören. Es ist unwahrscheinlich, dass jemand Sie absichtlich täuschen will, aber es ist sehr gut möglich, dass er nicht klar denkt. Trotz der allgemein chaotischen Atmosphäre um Sie herum könnten Sie etwas Enthusiasmus und Denkübungen genießen. Gute Nachrichten aus Ihrem Berufs- und Finanzleben könnten heute oder morgen eintreffen. Das könnte sowohl Sie als auch Ihren Partner erfreuen. Die mächtige Sonne, unser großes Himmelskörper, wird sich mit dem majestätischen Neptun verbinden. Wenn die Nachricht eintrifft, sollten Sie sich unbedingt mit Ihrem Liebsten zusammensetzen und besprechen, wie Sie beide feiern möchten. Seien Sie offen für Ideen. Es muss nicht unbedingt ein großer oder aufwendiger Plan sein. Es könnte so einfach sein wie eine Paarmassage oder ein langes gemeinsames Schaumbad. Seien Sie sich bewusst, dass Sie sie unglaublich unterstützen werden, während Sie weiter auf Ihren nächsten Karriere-Meilenstein hinarbeiten. Machen Sie sich den Wert Ihrer Talente und Fähigkeiten klar. Setzen Sie klare finanzielle Erwartungen, wenn der Mond im Zwillingegebiet im Quadrat zum rückläufigen Neptun im Fischegebiet und in Konjunktion zum rückläufigen Jupiter im Zwillingegebiet steht. Sie haben die Chance, von etwas, das Ihnen Spaß macht, finanziell zu profitieren. Es könnte ein Leidenschaftsprojekt oder ein Talent sein, das Sie vermarkten können. Unabhängig davon, was es ist, haben Sie es verdient, dafür bezahlt zu werden. Verkaufen Sie Ihre Fähigkeiten und Dienste nicht unter Wert, nur weil Sie es gerne zum Spaß oder für Profit tun. Wenn Sie merken, dass Sie anderen Menschen zu sehr nachgeben, weil Sie das Gefühl haben, dass Sie von Ihnen abhängig sind, ist es an der Zeit, sich selbst die Aufmerksamkeit zu schenken, die Sie verdienen, und sich nicht länger durch die Erfüllung der Bedürfnisse anderer ablenken zu lassen. Erden Sie sich mit Atemübungen. Machen Sie regelmäßig Aerobik. Lassen Sie es ruhig angehen, wenn es schon eine Weile her ist, aber versuchen Sie auf jeden Fall, zuerst wieder auf sich selbst aufzupassen. Werfen Sie heute einen Blick auf Ihre Karriere. Tun Sie in diesem Bereich Ihres Lebens, was Sie wollen? Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Talente erkannt werden und dass Sie Ihr Potenzial ausschöpfen? Es ist ein Tag und die Energie, die diese Schwingung mit sich bringt, kann Ihre Fähigkeit verbessern, diesen Bereich zu berücksichtigen. Als Baumeister haben Sie die Berufung, großartige Dinge zu schaffen, die vielen Menschen zugute kommen. Tun Sie das? Wenn nicht, überlegen Sie, was nötig ist, um den Weg einzuschlagen, der am besten zu Ihnen passt. Suchen Sie nach den Antworten. Da Jupiter in einem lustigen, verspielten, romantischen und kreativ aufgeladenen Teil Ihres Horoskops rückläufig ist, werden die monatlichen Besuche des Mondes immer ein Gefühl der Nostalgie hervorrufen. Dies gilt insbesondere jetzt, da Venus, der Planet der Liebe, ihr erstes Wochenende in einem nostalgischen und nachdenklichen Teil Ihres Horoskops verbringt. Venus ist zurückgekehrt, um sie auf eine herzliche Reise in die Vergangenheit mitzunehmen, die mit ihrer Rückkehr in den Wassermann Anfang nächsten Monats enden wird. In der Zwischenzeit verbringt auch Pluto sein letztes Wochenende hier. Ein starker Fokus auf die spielerische, kreative und abenteuerliche Seite des Lebens öffnet auch die Türen, um vergangene Erfahrungen und Möglichkeiten für zweite Chancen noch einmal zu durchleben. Es ist immer von Vorteil, wenn sich der Mond am Wochenende in ihrem romantischen Sektor befindet, insbesondere, weil es trotz des Vollmonds noch einige Erinnerungen an die Balance zwischen Arbeit und Privatleben gibt. Es ist ein freundlicher Aspekt zwischen dem Mond und dem Südknoten, der den Geist von Romantik und Abenteuer zusammenbringt und damit den Anreiz, die Balance zwischen Arbeit und Privatleben zu einer Priorität zu machen. Täglicher Planetenüberblick Die heutigen Himmelsbewegungen bieten eine aufregende und doch zarte Energiemischung, die sie dazu anhält, präsent, aufmerksam und achtsam gegenüber der Dynamik um sie herum zu bleiben. Der Mond im neugierigen Zwilling verbindet sich mit dem expansiven Jupiter, der derzeit rückläufig ist und steht im Quadrat zum verträumten rückläufigen Neptun in den Fischen. Diese Konstellationen bringen sowohl Chancen als auch potenzielle Fallstricke mit sich und machen es zu einem Tag, an dem sie nachdenklich vorgehen und Momente des Wachstums mit offenem Herzen annehmen sollten. Lesen Sie in erster Linie die Stimmung im Raum. Egal, ob Sie sich in einer lockeren Runde, einem Meeting oder einfach nur mit Ihren Lieben treffen, achten Sie auf die subtilen sozialen Signale, die Ihnen sonst vielleicht entgehen würden. Die Konjunktion des Mondes mit dem rückläufigen Jupiter verstärkt die Energie der Kommunikation, aber der Einfluss von Neptun kann die Wahrnehmung trüben, und dass es leicht ist, andere falsch zu interpretieren oder wichtige Signale zu übersehen. Haben Sie zum Beispiel schon einmal einen Witz gerissen und zu spät gemerkt, dass der Zeitpunkt nicht ganz richtig war? Wenn Sie heute in eine peinliche Situation geraten, machen Sie sich keine Sorgen. Nehmen Sie es unbeschwert zur Kenntnis, machen Sie weiter und vertrauen Sie darauf, dass die meisten Menschen ihre Bescheidenheit und Anmut zu schätzen wissen. Dieses Thema erstreckt sich auch auf Ihr Privatleben. Dieselbe kosmische Ausrichtung, die Ihren sozialen Radar herausfordert, verbessert auch Ihre Fähigkeit, tiefe und authentische Verbindungen zu anderen aufzubauen. Menschen fühlen sich von ihrer Begeisterung, Wärme und ihrer Machereinstellung ganz natürlich angezogen. Es ist einer dieser Tage, an denen Ihre Energie magnetisch wirkt und Türen für Zusammenarbeit und gemeinsamen Erfolg öffnet. Haben Sie schon einmal bemerkt, wie sich Positivität ausbreiten kann? Eine einzige freundliche Tat oder eine strahlende, entschlossene Einstellung können die Menschen um Sie herum dazu inspirieren, in Ihr eigenes Licht zu treten. Heute strahlen Sie genau diese Art von ansteckendem Optimismus aus, also trauen Sie sich. Es gibt jedoch noch eine weitere Ebene der heutigen Energie, die Urteilsvermögen erfordert. Venus im Quadrat zu den Nord- und Südknoten bringt einen intensiven Fokus auf Ihre Wünsche und Ambitionen, insbesondere in Bezug auf Liebe und Finanzen. Dieser Aspekt könnte einen starken Drang auslösen, entschlossen, sogar impulsiv zu handeln, in Bereichen, in denen Sie sich nach Fortschritt zähnen. Sie könnten beispielsweise versucht sein, sich kopfüber in eine neue Beziehung zu stürzen oder ein kühnes finanzielles Risiko einzugehen, ohne die langfristigen Auswirkungen vollständig zu bedenken. Obwohl dieser Eifer von Leidenschaft und Aufregung angetrieben wird, ist es wichtig, innezuhalten und nachzudenken. Fragen Sie sich, handle ich aus Klarheit und Absicht heraus oder werde ich von flüchtigen Emotionen beeinflusst? Sich einen Moment Zeit zu nehmen, um sich zu erden, kann den entscheidenden Unterschied machen. Denken Sie an vergangene Erfahrungen, bei denen sich Geduld ausgezahlt hat. Vielleicht haben Sie einen finanziellen Fehltritt vermieden, indem Sie sich Zeit genommen haben, eine Investition zu recherchieren, oder vielleicht ist eine Beziehung so wunderbar aufgeblüht, weil Sie sie sich natürlich entwickeln ließen, anstatt sie zu überstürzen. Vertrauen Sie darauf, dass sich die richtigen Gelegenheiten zum richtigen Zeitpunkt ergeben. Diese Energie erstreckt sich auch auf Ihre Interaktionen mit anderen. Achten Sie auf gesteigerte Emotionen, da Diskussionen oder Debatten schnell an Intensität zunehmen können. Waren Sie schon einmal in einer lockeren Unterhaltung, die unerwartet angespannt wurde? Wenn die Knoten im Spiel sind, besteht die Gefahr, dass kleinere Meinungsverschiedenheiten eskalieren, insbesondere wenn Egos im Spiel sind. Ob es sich nun um eine freundliche Debatte mit einem Kollegen oder eine tief empfundene Diskussion mit einem geliebten Menschen handelt, konzentrieren Sie sich darauf, einen lockeren, konstruktiven Ton beizubehalten. Denken Sie daran, dass nicht jede Unterhaltung einen Gewinner braucht. Das Ziel ist, Verständnis und Wachstum zu fördern. Und wenn Sie bemerken, dass jemand anders impulsiv handelt, versuchen Sie, ihm mit Geduld und Mitgefühl zu begegnen. Wir alle befinden uns in diesem energetischen Hin und Her, und ein wenig Empathie kann viel dazu beitragen, Spannungen abzubauen. Letztendlich lädt Sie die heutige Energie dazu ein, Begeisterung mit Achtsamkeit, Ehrgeiz mit Vorsicht und Verbundenheit mit Selbstbewusstsein in Einklang zu bringen. Es ist ein Tag, an dem Sie Wachstumschancen wahrnehmen sollten, sowohl in Ihren Beziehungen als auch in sich selbst. Ob Sie ein persönliches Ziel verfolgen, eine Verbindung vertiefen oder einfach den Moment genießen, lassen Sie Ihre Handlungen authentisch und mit Absicht erfolgen. Jetzt würde ich gerne von Ihnen hören, wie wollen Sie geerdet bleiben, während Sie die dynamische Energie von heute annehmen? Haben Sie kürzlich einen Moment erlebt, in dem es den entscheidenden Unterschied gemacht hat, innezuhalten und nachzudenken? Teilen Sie Ihre Geschichten und Gedanken in den Kommentaren, wir lernen und wachsen alle gemeinsam.